Marcel war ein Hund ohne Vergangenheit und das war es, was Penny am meisten faszinierte. Sie hatte ihn mehrmals auf den belebten Straßen der Stadt gesehen. Er war unmöglich zu übersehen, sein lebendiges, flauschiges Fell stach aus der grauen Betonumgebung heraus. Marcel lief an Haushaltestellen entlang, folgte Menschen und saß an Lebensmittelgeschäften, seine großen, seelenvollen Augen bettelten um Essen. Er war wie ein Wanderer auf der Suche nach einem Zuhause, ein Herz, das Liebe brauchte. Der Junge war offensichtlich sehr zugänglich, seine Rute wedelte fröhlich und erschien sich sogar im Stadtchaos wohl zu fühlen. Aber es waren keine Besitzer in Sicht. Niemand beanspruchte Marcel. Seine Existenz war ein Rätsel, das jedes Mal an Pennys Herz rührte, wenn sie ihm begegnete. An einem Herbstabend sah Penny Marcel am Bushaltestelle warten, seine traurigen Augen auf den Horizont gerichtet. Es war, als ob das Schicksal den Moment inszeniert hatte und ihr zuflüsterte, dass es Zeit war, Marcel in ihr Leben zu bringen. Mit Entschlossenheit und einem leichten Zittern der Aufregung ging Penny auf den Hund zu, und er wedelte mit dem Schwanz, als ob er auf sie gewartet hätte. Hey Marcel, flüsterte Penny leise. Sie war sicher, dass der Hund einen Namen hatte, obwohl sie nie gehört hatte, dass jemand ihn gerufen hatte. Marcel neigte den Kopf und folgte ihr, als sie sich vom Bushaltestelle entfernte. Marcel stellte sich heraus, ein Mischlingskolli zu sein, mit einem Fell so weich wie eine Wolke. Er war jung, nur neun Monate alt, und hatte so viel Leben in seinen Augen. In ihrer kleinen Wohnung füllte Marcels Anwesenheit ihr Leben mit Freude, Gelächter und Zweck. Eines Tages, als die beiden im Park spielten, sprach sie eine freundliche Fremde an. Ist das Marcel? fragte die Frau, ihre Augen mit Tränen gefüllt. Penny nickte, neugierig und dennoch vorsichtig. Die Frau erklärte, dass sie Marcels Gesicht auf einem vermissten Hund Plakat gesehen hatte. Marcel war verschwunden, als seine Familie im Urlaub war, und sie hatten verzweifelt nach ihm gesucht. Penny fühlte, wie ihr Herz sank. Marcels Vergangenheit hatte ihn endlich eingeholt. Sie konnte nicht glauben, dass sie unwissentlich das geliebte Familienhaustier weggenommen hatte. Die Frau gab ihr die Kontaktdaten der Familie, und Penny wusste, was sie tun musste. Sie rief Marcels Besitzer an, die überglücklich und Tränen überströmt waren, als sie die Nachricht hörten, dass er sicher war. Marcel wurde mit seiner ursprünglichen Familie vereint, und Penny wusste, dass es das Richtige war, trotz des Schmerzes des Abschieds. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.